Sebastian Schaadt In der zweiten Halbzeit hat es dann angefangen zu regnen. Ja, es war eher so ein Mittelfeldgeblänkel, es waren kaum Torchancen auf beiden Seiten. Ja, die erste Halbzeit war nicht schön anzuschauen. Dann war noch das 1 zu 0 gefallen, ein bisschen unglücklicher Treffer. Haunstein hat auch nicht mehr gezeigt, muss man dazu sagen, wie der FK Pirmasens. Es stand 1 zu 0 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kam ihr etwas spritziger aus der Kabine raus. Da musste Michael Dusik irgendwas gesagt haben wahrscheinlich. Und trotzdem ist dann das 2 zu 0 gefallen durch einen Fehler von Patrick. Der hat ansonsten gut gespielt. Und ich habe dann gedacht, das Spiel bei 2 zu 0 Rückstand ist nicht mehr zu drehen. Gut, es war halt ziemlich schwer nach dem 2 zu 0, sag ich mal. Aber es war jetzt nicht so, dass jetzt Haunstein verdient 2 zu 0 geführt hat. Wir hatten in der zweiten Halbzeit doch noch unsere Chancen, haben weiterhin nach vorne gespielt. Hatten dann Glück, dass Patrick die Flanke vom Aydin reinmacht. Und nach dem 2 zu 1 hat man gemerkt bei uns, bei allen 11, dass wir noch das Spiel drehen wollen. Und so ist es auch passiert. Ja, der Patrick hat seinen Fehler eigentlich wieder gut gemacht durch den Kopffall zum 1 zu 2. Und ein weiterer Punkt, wo ich sagen muss, ist die Hereinnahme von jungen, wilden Stürmern eigentlich, die dann eingewechselt wurden. Der Jascha Konzelmann kam rein, der Kuni kam rein, der Sebastian Kunert kam rein und der andere Sebastian, das bist du, kam auch rein. Und du hast auch ein wunderbares Tor gemacht. Du hast sowieso ein klasse Spiel heute gemacht. Wie war denn das mit dem Tor? Gut mit dem Tor. Das war fast so ähnlich wie in Gonsenheim, wo von der linken oder von Haunsteins rechten Seite den Ball nach innen gespielt wurde. Also ungenau. Ich habe nur gesehen, der kommt da sehr wahrscheinlich nicht dran. Bin dann direkt durchgelaufen, habe den Ball gut angenommen, konnte dann den Tormat rechts umlaufen und habe ihn dann reingemacht. Und das war wunderbar. Und die Wende war dann auch da. Wir haben hier 3-2 gewonnen. Und ich hoffe, dass du gegen Wirkes am Dienstag, glaube ich, in Pirmasenser Stadion, wo es dann etwas trockener ist, hoffentlich wieder triffst. Du hast ein tolles Spiel gemacht. Ich gratuliere dir dazu. Danke schön. Danke.